... warum der eine stark geboren wird und der andere schwach. Der eine schlau und der andere dumm. Bei den ganzen Morden, die die Deutschen verübt haben, sollte man doch meinen, dass sie wenigstens etwas Nützliches erforscht hätten. Kosten reduziert, Gegner leiden bei Benutzung, Schaden. Super. Tja, ich würde mal sagen, ich glaube, diese Dame, die Tenbaum, kommt entweder aus Polen und ist von den Deutschen gefangen genommen worden oder aus Russland, aber ich glaube, die hat eher so einen polnischen Akzent. Dr. Tenbaum, ja, könnte polnisch sein. Klingt eher polnisch. Und ja, ich glaube, die hat den Dingspokus überlebt. Ist aber ein schönes Klavier. Whisky, Kartoffelchips können wir natürlich essen. Zigaretten möchte ich jetzt keine rauchen. Das ist auch nix. Schön. Ah, Tennis. Soll ich mir erstmal das Dingsmus anhören? Klinischer Versuch mit Charge Nummer 23, Dr. Sushong. Grunde von Tain Futuristics. Guter Fortschritt mit dem Telekinese Plasmid. Hochheben von Objekten aus der Entfernung, kein Problem. Objekte durch den Raum bewegen, kein Problem. Aufhalten eines Projektils ist nicht möglich. Es ist aber möglich, ein sich schnell bewegendes Objekt zu fangen und zu werfen. Das Problem ist nicht das Plasmid. Das Problem ist die Reaktionszeit. Für Sushong kommt gerade die Idee für ein neues Plasmid. Aha. Finde ich auch gut, dass der in der dritten Version von ihm spricht. Ich glaube, der hat ordentlich einen an der Waffe. Gut. Heben Sie große Objekte allein mit der Kraft Ihrer Gedanken hoch und werfen Sie sie auf Ihre Gegner. Was muss man sonst noch wissen? Eigentlich gar nichts. Du hast keine Slots mehr. Du musst ein Plasmid ersetzen. Du kannst mehr Slots in einem Generous Garden kaufen. Ersetzte Plasmide können bei der Genbank neu ausgerüstet werden. Okay. Das ist natürlich schade, weil Abfackeln ist eigentlich ganz geil. Aber ich glaube, den Electroboid werden wir noch brauchen. Abfackeln aber an sich alle. Wir werfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. Halte LT gedrückt, um Objekte zu greifen. Lass LT los, um sie zu werfen, oder drücke X, um sie fallen zu lassen. Halte LT gedrückt, um Granaten oder Tennisbälle zu fangen. Können wir jetzt... Ja, läuft. Ne? Der schießt jetzt Tennisbälle und wir können jetzt hier... Feuer. Hallo! Ja, ich weiß, ich mach keine Kopftreffer. Und ich bin echt ein Kacke, was das angeht. Aber... Warum nicht so quietscht alles? Das ist ja echt ein Grausamies. Es ist richtig heruntergekommen. Müssen wir irgendwo zurück. Äh, Fontaine. Dandy Dentries. Aha. Also es ist ein schöner Chirurg, der einfach nicht mehr... einfach keinen Bock auf irgendwelche Regeln hatte. Und hat es ein bisschen übertrieben, meiner Meinung nach. Oh, der mich erschreckt. Diese Mistsau. Schlucki! Arschloch. Ich find's cool. Find ich cool. Doch. Ist geil. Ähm... Ah, okay. Hacken, natürlich. Willkommen zum Hack-Simulator 2019. Obwohl er schon viel, 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 viel älter ist. So, ich muss jetzt hier nach oben. Ist der Finger oben? Wird man nicht loben. Dann nach rechts. Und dann wieder da hin. Und dann hab ich ja schon vorgearbeitet. Beziehungsweise hab unverhofft Glück gehabt. So, ich werde so viel wie möglich hier hacken. Liegt einfach da dran, weil es sinnvoll ist. Später, wenn die Horden von Lümmelhöhre auftauchen und sich wieder voll machen, dann ist es eigentlich ganz gut, die ganzen Maschinen zumindest auf seiner Seite zu haben. Wir haben hier sonst jemanden auf unserer Seite. Foyer, der Chirurgen. Foyer, der Chirurgen. Ich hab gerade jetzt mit mir... Okay. Finde ich gut. Schwester, bringe sie hier alle. Du bist doch schon durch. Danke. Dankeschön. Fluki. Hab geschickt. Ja. Super. Ah, super. Ist natürlich jetzt kaputt. Und wenn die kaputt gehen, lassen die auch so ein Dinger fallen. Den habe ich schon mit. Ja, super. Gut. Telekinesen freut mich. Ähm. Steinman. Kosmetische Chirurgie. Das ist aber nicht schön. Hm? Omi. Hm. Komm, wir lassen sie in Ruhe. Heute habe ich mit der Göttin zu Mittag gegessen. Steinman, sagte sie. Ich bin hier, um dich von der Tyrannei des Gewöhnlichen zu befreien. Ich bin hier, um dir eine neue Art von Schönheit zu zeigen. Ich fragte sie, was meinst du damit, Göttin? Symmetrie, mein lieber Steinman. Es wird Zeit, dass wir etwas gegen die Symmetrie unternehmen. Aber mal ganz im Ernst unter uns, Freunde. Ähm, ohne Symmetrie wäre das doch... Also, wenn es nicht so eine gewisse Symmetrie wäre, wäre das doch alles hässlich, oder? So, keine Ahnung. Hi, ich wollte sehr in Ruhe da kommen. Wie gesagt. Macht man natürlich nicht, bin ein schlechtes Vorbild. Leichen im Rollstuhl sollte man nicht mit einer Ohrzange verpluggeln. Alter Schwede. So eine Mist, auch das kleine Ding. No, wie soll ich das schaffen? So, dann muss ich da lang. Ich muss jetzt hier hoch. Und dann direkt wieder dahin. Und dann brauche ich... Alter Schwede, das könnt ihr mit mir doch nicht machen. Ich bin doch ein alter Mann. Dann muss ich irgendwie so einen Teil nach rechts haben. Das habe ich natürlich nicht. Boah! Leck-o-mio! Kannst du auch immer nur eins austauschen. Wuh, das war knapp. Das hat gerade so gepasst. Ah, super. Ich muss aber auch aufpassen. So, ein bisschen muss ich dann doch anfangen. Ich brauche jetzt noch so ein Teil. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen nervig, wenn man da permanent hacken muss. Aber wie schon gesagt, ich habe lieber die Maschine auf meiner Seite. Anstelle von... Ja, geht ja schnell, ne? So, das ist halt Bioshock. Oh, der Safe wird schwer. Aber wie schon gesagt, es scheint sich zu lohnen. Ich versuche das jetzt nicht ganz so krankhaft zu machen. Okay, ich brauche noch einen nach rechts. Und noch einen nach rechts. Und dann brauche ich einen nach unten. Dann noch einen nach unten. Und dann so einen. Boah! So, 29 Dollar. Panzerbrechen und zwei Verbandskästen. Liefspritze. Super. Die werden hier gut verwöhnt, muss ich gestehen. Wir müssen nach da oder wohin. Ich weiß es nicht. Ich gucke mich einfach mal um. Vielleicht findet man ja halt, wie gesagt, die Kampftone, die wir gefunden haben, aber auch schön. Von da sind wir gekommen. Das bedeutet, wir müssen hier lang. Okay, geht es überall lang? Ja, ich weiß. Hacken, 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 Hacken. Heißt ja, glaube ich auch noch, Formel 1-Rennfahrer. Zu Schumaras Zeiten noch. Mika Hacken. Genau, so hieß der Kerl. Ja, ich weiß nicht. Formel 1 hielt sich so bei mir in Grenzen. Wahrscheinlich einfach als das so gang und gäbe war, war ich zu jung. Lass mich raten, nehmt die Kuh, sie sind gut. Ähm... 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 Mist. Na komm her, Steinman. Der hat ordentlichen Arsch offen, ey. Das ist doch kein normaler, schöner Chirurg mehr. Die war noch am Leben. Die Naht hätten wir unfertigt. Die Hase ist hervorragend gelockt, Dr. Stylebeck. Doktor? Wissen Sie, wenn ich Sie jetzt so ansehe, ich habe gar nicht gemerkt, wie in Ihrem Gesicht alles weht. Skalpell. Wie bitte? Skalpell. Doktor, ein Lifting ist bei ihr nicht vorgesehen. Wir schneiden nur hier ein wenig ein. Doktor, haben Sie aufzuschneiden? Doktor, Doktor, hören Sie aufzuschneiden? Kommen Sie den Leiter der Chirurgie, den Chef der Chirurgie, schnell! Jo, ich glaube, es war gar nicht mal so ungeil, dass wir den Steinman hier rausgehauen haben. Der hat echt ein Problem gehabt. Wurde auch langsam Zeit, dass ich immer noch diesen kranken Mistkarl kümmerle. Ja, warum hast du das nicht gemacht, Atlas? Super. Ich mache mich auf den Weg zur Rückseite von Port Neptune. Wir schaffen es noch rechtzeitig. Ja, komm, hacken wir mal. Hacken, 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 hacken ist so fein. Hacken, 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 das lasse ich lieber sein. Jetzt muss ich nach rechts. Ich mag solche Puzzlespiele. Habe ich das schon mal gesagt? Ja, ne? Habe ich. Was mache ich denn hier? So, jetzt muss ich nach oben. Das war eigentlich schon richtig. Das war schon so ein Ding nach rechts. Und dann nach oben und dann wieder eine Rechtskurve. Supi! Juhu! Gehackt. Aber ich glaube, da wir den Stylemen so platt gemacht haben. Gut, wo müssen wir jetzt hier raus gehen? Ja, super. Also, auf so einen Chirurg kann ich getrost verzichten. Können wir natürlich auch noch alles angucken und so weiter und so fort. Aber ich glaube, so richtig... Ja, kostet glaube ich... Warum hat der jetzt nicht geschossen? Neukam Kampftonicum. Statische Entladung. Ryan Industries stellt die neuesten Entwicklungen der genetischen Abwehr vor. Statische Entladung macht aus ihnen eine wandelnde Teslaspule, die jeden ihrer Angreifer einen elektrischen Strahlack versetzt. Klingt gut. Doch, ich will mich nicht beklagen. Ne? Mutti! Da guckste! So, wir haben dir jetzt schon... genug geknippelt. Willkommen in Rapture, dem am schnellsten wachsenden Schrotthaufen der Welt. Irgendwie plagen uns irgendwelche Erinnerungen. Ähm. Eine Little Sister. Das ist die Gelegenheit, für dich an etwas Erden zu kommen. So, ich will aber jetzt mal speichern. Bevor wir die Aufnahme dann beenden. Ähm. Jo, war auf jeden Fall... schön, wie es hier läuft. Halt dich von ihr fern, oder du bekommst die nächste Kugel ab. Ganz ruhig, Doktor. Er ist nur auf der Suche nach etwas Edem. Nur genug, um durchzuhalten. Ich lasse dich zu, dass er meinen Kleinen etwas antut. Ist schon in Ordnung, Kumpel. Das ist kein Kind, zumindest jetzt nicht mehr. Doktor Tennenbaum hat dafür gesorgt. Bitte, tu ihm nicht weh! Hast du kein Herz? Tja, nette Predigt von dem skrupellosen Monster, das diese Kreaturen überhaupt erst erschaffen hat. Sie haben diese kleinen Mädchen doch in das verwandelt, was sie sind, oder etwa nicht? Hör gut zu, mein Junge. Ohne das Edem, das diese Dinger bei sich tragen, wirst du es nicht schaffen. Du musst dich entscheiden. Wer soll überleben? Du, meine Frau und mein Kind? Oder diese Mini-Frankensteins von Tennenbaum? Hier! Es gibt noch einen anderen Weg. Nimm das hier. Und befreie sie von ihrer Qual. Vertrau mir. Ich sorge dafür, dass es sich auch für dich lohnt. Irgendwie. So, wir haben jetzt Zeug. Wir haben jetzt zum ersten Mal mit den Little Sistern zu tun. Ja, ist doch gut, Klein. Ich tue dir nichts. Entscheide dich, ob du die Little Sister ausbeuten oder retten willst. Wenn du sie ausbeutest, erhältst du das maximale Edem, das du für Plasmide ausgeben kannst. Allerdings wird sie diese Prozedur nicht überleben. Wenn du sie rettest, erhältst du wenige Edem. Dafür hat Tennenbaum für dich in diesem Fall aber eine Belohnung versprochen. Ähm, ich persönlich bin ja jetzt nicht so der grausame Typ. Wir können, ach, weißt du was, haut einfach in den Kommentaren raus, wie wir das in Zukunft machen. Ich werde für jetzt nochmal, die Aufnahmen werde ich sowieso jetzt beenden, aber diese Little Sister werden wir jetzt erstmal retten. Nein, doch, doch, doch. Bitch Slap. Oh, scheiß Ohrwurm, sorry. No, jetzt sieht die auch gar nicht mehr so schlimm aus. Danke. Aber hübsch jetzt auch nicht. Der Weg der Gerechten ist nicht immer der Einfachste, verstehst du? Oh. Zigaretten. Jo. Diese Dinger sehen zwar aus wie kleine Mädchen, aber das ist auch schon alles. Um zu überleben, brauchst du so viel Edem, wie du kriegen kannst. Ja, komm jetzt, bleib mal locker. Wenn du wieder mal auf so einen Gatherers Gartenautomat stößt, nimm auf jeden Fall wieder ein oder zwei Flas Miete mit. Aber natürlich nur, wenn der Preis dafür nicht zu hoch ist. So, wir können jetzt hier uns ein bisschen upgraden. Oh, Milhouse, halt dein Maul, ey. Kommentar, ne, mach ich später. Das ist nicht nur echte Edem-Fabriken. Sie sind auch nahezu unzerstörbar. Sie heilen ihre Wunden, indem sie mit Hilfe von Stammzellreserven neues Gewebe herstellen. Sie unterhalten eine symbiotische Beziehung zu den ihnen implantierten Schnecken. Wenn man die Schnecke entfernt, stirbt der Wirt. Wie du siehst, hat das nichts mit Maut zu tun, sagt der Tennenbaum. Es ist eher so, als würde man bei einem Koma-Patienten die Beatmung einstellen. Okay, ähm... Jo, wir können uns jetzt hier gewisse Sachen, ähm, hier so, so Upgrades raun hauen. Und, ähm, solche Sachen. Und dementsprechend, ja. Das ist halt die Qual der Wahl, wenn wir die... Wir können den guten Weg wählen und die Little Sisters alle retten. Den lieben Papi spielen, sozusagen. Das sind die Little Sisters, sozusagen. Oder wir können sie ausbeuten und klatsch, äh, töten die alle. Naja, erhöht ihr Maximum Eve. Erhöht die maximale Gesundheit. Eve Link. Äh, Verbandskästen verleihen auch Eve. Ist alles eigentlich ziemlich geil, ne? Muss ich gestehen. Aber ich würde gerne hier diese Upgrades erstmal machen, glaube ich. Du kannst jetzt mehr Eve in deinem Körper aufnehmen, wodurch dir mehr Plastinide benutzen kannst, bevor du mit einer Eve-Spritze nachladen musst. Supi. Na, der ist ein bisschen größer geworden. Super. So, ich werde jetzt hier speichern und wir sehen uns dann... Ja, ich beende die Aufnahme, schnibbel mir das alles zusammen und guck mal, wie es so ankommt. Ich hätte Bock drauf. Ich nehme Shadowplay auf, deswegen kann die ein oder andere Passage vielleicht ein bisschen dunkel sein. Aber ja, Spiel. So liegt, wie ihr merkt. Ich nehme jetzt auch schon eineinhalb Stunden auf und es ist schon Abend. Ähm, jo. Folgendermaßen. Ich habe noch ein bisschen Arbeit vor mir und wir sehen uns dann. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.